Gelobt sei Gott! Ihr bezeugt, dass nur Gott selbst in den letzten Tagen die Überwinder erschaffen kann und dass sonst niemand seinen Platz einnehmen kann. Ihr habt diesen Punkt sehr deutlich gemacht und ich kann es so akzeptieren. Gelobt sei Gott! Ich würde gerne noch einen Schritt weiter gehen. Und was ist der wesentliche Unterschied zwischen dem fleischgewordenen Gott und den Menschen, die Gott benutzt? Bitte redet mit uns darüber. Brüder und Schwestern, werfen wir einen Blick auf das, was der allmächtige Gott über diesen Aspekt der Wahrheit sagt. Der allmächtige Gott sagt, der menschgewordene Gott wird Christus genannt. Und Christus ist das Fleisch, das durch Gottes Geist angezogen wird. Dieses Fleisch ist anders als jeder Mensch, der aus dem Fleisch isst. Der Unterschied liegt darin, dass Christus nicht aus Fleisch und Blut, sondern die Menschwerdung des Geistes ist. Er verfügt sowohl über eine normale Menschlichkeit als auch eine vollkommene Göttlichkeit. Kein Mensch besitzt seine Göttlichkeit. Seine normale Menschlichkeit erhält alle seine normalen Aktivitäten im Fleisch, während seine Göttlichkeit das Werk Gottes selbst vollzieht. Da er ein Mensch mit göttlichem Wesen ist, steht er über jedem erschaffenen Menschen, über jedem Menschen, der Gottes Arbeit ausführen kann. Und so ist nur er unter all denjenigen mit einer menschlichen Hülle wie seiner, unter all denjenigen, die Menschlichkeit besitzen. Der menschgewordene Gott selbst. Alle anderen sind erschaffene Menschen. Auch wenn sie alle Menschlichkeit haben, sind erschaffene Menschen nichts weiter als menschlich. Während der menschgewordene Gott anders ist. In seinem Fleisch verfügt er nicht nur über Menschlichkeit, sondern noch wichtiger über Göttlichkeit. Bitte öffnet Seite 1392. Lass es mich lesen. In Ordnung. Die Göttlichkeit Christi steht über jedem Menschen. Deshalb ist er die höchste Autorität aller erschaffenen Wesen. Diese Autorität ist seine Göttlichkeit. Nicht nur imstande zu sein, Gott selbst zu bezeugen, sondern auch imstande zu sein, Gottes Willen vollumfänglich auszuführen. Dies ist eine Seite der Substanz Gottes. Dass das Fleisch mit einer Gestalt aus dem Geist kommt, bedeutet, dass das Fleisch, mit dem sich der Geist selbst kleidet, sich wesentlich vom Fleisch des Menschen unterscheidet. Und dieser Unterschied liegt in erster Linie in deren Geist. Wunderbare Worte. Er, der Gottes Menschwerdung ist, wird das Wesen Gottes haben. Und er, der Gottes Menschwerdung ist, wird den Ausdruck Gottes haben. Da Gott Fleisch wird, wird er das Werk hervorbringen, das er tun muss. Und da Gott Fleisch wird, wird er zum Ausdruck bringen, was er ist. Fleisch, das nicht das Wesen Gottes enthält, ist sicherlich nicht der Mensch gewordene Gott. Gott, daran gibt es keinen Zweifel. Gott ist schließlich doch Gott, und der Mensch ist Mensch. Gott hat das Wesen von Gott, und der Mensch hat das Wesen des Menschen. Der allmächtige Gott hat sehr deutlich gemacht, dass der fleischgewordene Gott der Geist Gottes ist, der im Fleisch verwirklicht wurde. Obwohl er normale Menschlichkeit besitzt, ist er von göttlicher Substanz. Die Menschen, die Gott benutzt, sind jedoch von menschlicher Substanz. Sie können nur menschlich sein und keine göttliche Substanz haben. Christus hat eine göttliche Substanz bedeutet, dass das, was Gottes Geist besitzt, seine innewohnende Disposition, seine Substanz der Gerechtigkeit und Heiligkeit, das, was Gott hat und ist, Gottes Allmacht und Weisheit und Gottes Autorität und Macht, all das wird im Fleisch verwirklicht. Dieses Fleisch ist das Fleisch mit göttlicher Substanz, der wahre Gott, der auf die Erde gekommen ist, um zu wirken und die Menschheit zu retten. Weil Christus göttliche Substanz hat, sind sein emotionaler Zustand, seine Einstellungen, Ansichten und Meinungen über verschiedene Menschen, Ereignisse und Dinge. Alle Gedanken Christi sind die Wahrheit. Sie sind Ausdruck der heiligen Substanz und der Disposition des Lebens Gottes. Das ist auch sehr deutlich gesagt. Christus kann Gott vollständig repräsentieren. Er kann die Stimme Gottes direkt ausdrücken, seine Disposition und das, was Gott durch die Identität Gottes hat und ist. Er kann dem Menschen die Wahrheit, den Weg und das Leben geben. Und das geht weit über die Fähigkeit jedes erschaffenen Menschen hinaus. Weil Christus vollkommene Göttlichkeit besitzt, kann er Gottes Wort jederzeit und überall direkt ausdrücken, anstatt der Propheten, die nur gelegentlich einige Worte Gottes vermitteln. Alles, was Christus ausdrückt, ist die Wahrheit. Und das ist Gottes Werk im neuen Zeitalter. Er spricht nicht über sein Wissen und seine Erfahrung mit Gottes Worten. Und weil Christus vollkommene Göttlichkeit besitzt, kann er die Wahrheit jederzeit und überall zum Ausdruck bringen, um die gesamte Menschheit zu versorgen, zu hüten und zu führen. Und weil Christus vollkommene Göttlichkeit besitzt, kann er Gottes Werk weiterführen. Er kann die Menschheit führen und erlösen, die Menschheit erobern und erretten und das ganze Zeitalter beenden. Amen. Aber die Menschen, die Gott benutzt, sind von menschlicher Substanz. Sie besitzen keine Göttlichkeit, sondern sind nur menschlich. Sie können nur die Arbeit des Menschen ausführen und die Pflicht des Menschen erfüllen. Sie besitzen Erleuchtung, Erhellung, Wirken und Vollkommenheit des Heiligen Geistes. Aber alles, was sie im besten Fall können, ist mit Gottes Werk zusammenzuarbeiten und ihr Wissen und ihre Erfahrung auszudrücken. Ihre Worte können der Wahrheit entsprechen und anderen zugutekommen, aber sie sind nicht die Wahrheit und sie stehen auch nicht auf der gleichen Ebene wie Gottes Worte. Das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Brüder und Schwestern, uns muss klar sein, dass der fleischgewordene Gott ein neues Zeitalter einleitet und ein altes Zeitalter beendet. Er kann die Wahrheit direkt ausdrücken und die gesamte Menschheit anführen. Aber die Menschen, die Gott benutzt oder die Menschen, die das Werk des Heiligen Geistes haben, wirken im besten Fall lediglich mit Gottes Werk zusammen und erfüllen die Pflicht des Menschen. Bestenfalls drücken sie lediglich ihre Erfahrungen und ihr eigenes Wissen über Gottes Wort aus. Und was sie sagen, stimmt mit der Wahrheit überein. Egal, wie lange sie für Gott gearbeitet und wie viel sie gesprochen haben, alles, was sie tun, ist ihr Wissen und ihre Erfahrungen über Gottes Wort zu teilen. Sie erheben Gott und legen Zeugnis über ihn ab. Das stimmt. Dies ist der wesentliche Unterschied zwischen dem fleischgewordenen Gott und den Menschen, die Gott benutzt oder den Menschen, die das Werk des Heiligen Geistes besitzen. Ja. Ja. Der menschgewordene Gott ist von göttlicher Substanz. Und so sind sein Werk und Wort unbefleckt von den Gedanken, Vorstellungen, Einbildungen und der Logik des Menschen. Der menschgewordene Gott drückt vielmehr alles aus, was Göttlichkeit hat und ist und die ursprüngliche Bedeutung von Gottes Geist. Genau wie im Zeitalter der Gnade offenbarte der Herr Jesus die Geheimnisse des Himmelreiches, brachte den Weg der Buße, drückte seine Disposition von Gnade und Barmherzigkeit aus und so weiter. Sie sind alle direkte Äußerungen von Gottes Geist, natürliche Offenbarungen der Disposition Gottes und allem, was er hat und ist. Sie sind alle jenseits der Reichweite des menschlichen Denkens. In den letzten Tagen drückt der Allmächtige Gott die ganze Wahrheit aus, welche die Menschheit reinigt, errettet und vervollkommnet. Er offenbart Gottes gerechte Disposition, die keine Verletzung duldet und deckt alle Geheimnisse seines Führungsplanes auf. Wie die Geheimnisse der Fleischwählung Gottes, die Unterschiede zwischen Gottes Werk und der Arbeit des Menschen, der Zweck von Gottes Führungsplan, die innere Wahrheit der drei Stufen von Gottes Werk, die Wurzel der Verdorbenheit des Menschen, wie der Mensch aus der Sünde ausbrechen sollte, um Gottes Errettung zu erlangen. Das künftige Schicksal der Menschheit, alles, was der Allmächtige Gott vollbringt, ist der direkte Ausdruck der Göttlichkeit, ist die ursprüngliche Bedeutung von Gottes Geist, was sich jenseits des menschlichen Denkens befindet. Das Werk und Wort des menschgewordenen Gottes und seine ausgedrückte Disposition sind ausreichend, um zu beweisen, dass der menschgewordene Gott göttliche Substanz besitzt und dass er kein anderer ist als Gott selbst, der Einzige. Amen! Doch die Menschen, die Gott benutzt, können Gott nicht ersetzen, wenn sie sein göttliches Werk ausführen, noch können sie direkt den ursprünglichen Willen von Gottes Geist ausdrücken. Sie können nur den Teil der menschlichen Zusammenarbeit auf der Grundlage von Gottes Werk verrichten, ihr Wissen und ihre Erfahrung teilen, das auserwählte Volk Gottes dazu führen, in die Realität der Wahrheit der Worte Gottes einzutreten, Zeugnis für Gott ablegen und ihm dienen. Dies ist die Erfüllung der menschlichen Pflichten. Sie machen die Arbeit, zu der der menschliche Verstand fähig ist, die Arbeit, die der Mensch erfahren kann, die Arbeit, die im Wesentlichen das ist, was der Mensch hat und isst. Weil der fleischgewordene Gott und die Menschen, die er benutzt, von verschiedener Substanz sind, ist ihre Arbeit vom Wesen her völlig unterschiedlich. Der fleischgewordene Gott unterscheidet sich von den Menschen, die er benutzt, ebenso wie Gott sich vom Menschen unterscheidet. Einer hat die Substanz Gottes, während der andere in seiner Substanz menschlich ist. Der eine mit göttlicher Substanz kann Gottes Werk vollbringen, während der Mensch mit menschlicher Substanz nur die Arbeit des Menschen verrichten kann. Ja. Die Menschen, die Gott benutzt, sind nicht der fleischgewordene Gott und haben nicht seine göttliche Substanz. Ihnen fehlt die Wahrheit und das Leben, und sie können Gottes Errettungswerk nicht vollbringen. Die Menschen, die Gott benutzt, können nur mit Gottes Werk zusammenwirken, was Teil der Pflicht des Menschen ist. Amen. Aber egal, wie sehr angesehene religiöse Anführer aufsteigen, sie sind keineswegs die Menschen, die Gott benutzt. Jeder, der an Gott glaubt, muss das verstehen. Ja, das stimmt. Also ich finde, er spricht sehr, sehr gut. Die Worte des Allmächtigen Gottes haben es so deutlich gemacht. Obwohl Christus normale Menschheit besitzt, ist sein Leben von göttlicher Substanz. Richtig. Ja. So sind Christi Werk und Wort ein direkter Ausdruck der Göttlichkeit Gottes. Amen. Während die Menschen, die Gott benutzt, von menschlicher Substanz sind und keine göttliche Substanz haben. Infolgedessen können sie die Wahrheit nicht ausdrücken oder Gottes Werk vollbringen. Amen. Ich danke Gott sehr. Wenn der Allmächtige Gott dieses Geheimnis nicht offenbart hätte, hätten wir Menschen es niemals selbst erfassen können. Das stimmt. Ja, Christi Werk und Wort beinhalten keine menschlichen Gedanken, Logik und Gesetze, denn sie verkörpern den ursprünglichen Willen Gottes Geistes vollständig. Die Arbeit des Menschen wird jedoch durch menschliche Gedanken, Vorstellungen und Einbildungen verfälscht. Es scheint, dass der Mensch nicht Gott vertreten, die Wahrheit aussprechen oder sein Urteilswerk in den letzten Tagen vollbringen kann, um die Überwinder zu erschaffen. Amen. Das ist wahr. Ich kann Gott nicht vertreten. Ich kann Gott nicht vertreten.